morgensen wie kann man helfen und kollege ich würde gerne schutzgeld einsammeln und was ist wenn ich das nicht will ich brauche das geld ich habe familie was soll das schon wieder heißen warum muss das schon wieder so ein steckt die knifte weg wieso seid ihr immer auf ramba zamba aber wir wollen kein schutzgeld bezahlen ihr wollt kein schutzgeld bezahlen aber so wie es aussieht dann müsst ihr das geld bezahlen würde ich fast sagen ja und was denn nicht nicht bald meine kohle nur weil mit deiner blackfoot hier ankommt also ich glaube es wäre besser wenn jetzt einfach so zahlt und was ist wenn nicht wir müssen uns das einfallen lassen so geht es ja nicht in den ganzen sprit und so mein aufwand hier machen und nicht bekommen ja soll ich aber einsteigen und wegfahren das wird auch eine möglichkeit ich kann dir einen dollar geben deckt vielleicht nicht ganz deine spritkosten aber zum teil das deckt gar nichts zu mir freund ja dann dann hast du wohl pech nein 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 so du steigst jetzt ohne waffe aus oder du bist gut soll dein kollege eine waffe ziehen seit ihr beide drauf geht ne ich will einfach mir hier stehen weißt du wie unser problem ist gerade weil unser typ den wir gerade überfallen haben dessen helmet ist das und ja daher wird ja hier 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 hier